Jetzt haben sie sich die Führung geholt. Das nenn ich mal ein Punt, ein Überpunt. Da gab es nicht viel zu halten. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich er herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Wesley Snider.